Urgada, unter den Ureinwohnern auch Chardaga genannt, steht unter dem Zeichen der Sonne. Faszinierende Riffe und ein 20 Kilometer langer Strand macht dieses kleine Fischerdorf zu einem immer wiederkehrenden Herzen Ägyptens. So auch das Hotel Seastar. Das Ambiente der stilvollen Anlage ist auf fünf Etagen mit 271 Zimmern ausgestattet. Verfügt über eine großzügige Lobby, Beauty Center, Friseur, Diskothek. Verwöhnt werden sie auch von zwei Swimmingpools auf der Sonnenterrasse, auf der Relaxen nun kein Problem mehr ist. Alle komfortabel eingerichteten Standardzimmer sind klimatisiert und bieten, was das Herz begehrt. Telefon, SatTV, Bad, WC, Klimaanlage, Balkon, Meerblick, Minibar. Fühlen Sie sich wie zu Hause und genießen Sie den Meeresblick von der Terrasse Ihres Hotelzimmers. Genießen Sie zwischen allen Gegebenheiten Ihr Wohlbefinden und lassen Sie uns daran teilhaben. Verwöhnen Sie sich und Ihre Familie mit Außergewöhnlichem. Ob leichte Köstlichkeiten oder herzhafte Deftigkeiten. Variationen für Augen und Mund machen dieses Buffet und Ihren Urlaub rund. In dieser großzügig angelegten Hotelanlage können Sie mit Ihrem Partner dem Alltag entfliehen und sich am langen, weißen Sandstrand von der Sonne streicheln und im Wellnessbereich verwöhnen lassen. Vergessen Sie den Alltag. Gehen Sie auf Tauchstationen und erkunden Sie die Unterwasserwelt des Roten Meeres.